Hi, mein Name ist Matthias und herzlich Willkommen zu diesem Video. In diesem Video lernst du, wie du den Blattschutz in Microsoft Excel für ein Arbeitsblatt entfernst, wenn du das Passwort vergessen hast. Bevor wir nun mit diesem Video starten, hier noch ein kleiner Hinweis. Fünschst du dir zu einem Thema ein Video, so schreib es doch in die Kommentare. Wie du siehst, befinden wir uns in unserer Beispiels-Arbeitsmappe. Du kannst diese Arbeitsmappe ebenfalls für Übungswerke nutzen. Den Download-Link findest du in der Videobeschreibung. Bevor wir nun in die Anwendung gehen, erkläre ich noch kurz, was den Blattschutz entfernen, wenn man das Passwort vergessen hat, eigentlich bedeutet. In vielen Microsoft Excel-Dokumenten ist es üblich, dass man unter dem Reiter Überprüfen einen Blattschutz für das Arbeitsblatt oder mehrere Arbeitsblätter einfügt. Das heißt nichts anderes, als dass, wenn ich die Arbeitsmappe öffne, ich in diesem Arbeitsblatt, wie hier zu sehen, nichts verändern kann und lediglich betrachten kann. Möchte ich diesen nun hier aufheben unter Überprüfung, weil ich gewisse Werte ändern möchte, so kann ich dies hier tun und muss das Passwort eingeben. Probleme hierbei entstehen, wenn genau dieses Passwort vergessen worden ist. Nun kann man aber mittels einiger Umwege genau diesen Blattschutz wieder entfernen, und zwar für ein Arbeitsblatt oder generell alle. Hier sieht es allerdings so aus, dass dies nicht unaufwendig ist und man hier auch sehr gut aufpassen sollte, denn macht man hier etwas falsch, zerschießt man die ganze Arbeitsmappe. Folge also Schritt für Schritt und behutsam und langsam dieser Anleitung. Gut, wie machst du das nun? Um dies zu tun, schließe ich im ersten Schritt hier diese Tabelle, welche hier zu sehen ist. Das Erste, was wir machen, ist, wir erstellen eine Sicherungskopie dieser Arbeitsmappe mit SDRG und C für Kopieren und SDRG und V für Einfügen. Als nächsten Schritt verändern wir nun die Dateiendung und zwar von XLSX zu ZIP. Hierzu machen wir einen Doppelklick rein bzw. drücken auf der Tastatur F2 oder Rechtsklick und umbenennen und schreiben hier ZIP rein. Hast du die Dateiendungen hier nicht eingeblendet, so kannst du dies hier oben unter Ansicht anhaken. Nun hast du hier ZIP reingeschrieben und es kommt die Meldung umbenennen, ob wir weiterhin fortfahren möchten. Wir drücken hier auf Ja. Nun ist das Dateiformat in ZIP-Form. Jetzt benötigst du entweder das Programm WinRAR oder 7ZIP. In den meisten Windows-Endgeräten ist 7ZIP bereits vorinstalliert. Nun machen wir folgendes. Wenn du WinRAR nutzt, öffnet sich das Ganze gleich in einem Extra-Fenster. Bei 7ZIP ist es im Ordner zu tun und zwar wir klicken auf die Datei und öffnen diese. Nun öffnet sich hier in WinRAR diese Ordner. Das heißt, das hier sind alle Inhalte von deiner Arbeitsmappe und diese wollen wir nun ein wenig manipulieren. Um das nun zu tun, gehen wir hier auf den Ordner XL und nun sehen wir hier den Ordner Worksheets. Klicken wir da rein, so sehen wir hier alle unsere Arbeitsblätter von diesem Microsoft Excel-Dokument. Wichtig hierbei ist, dass du genau weißt, um welches Arbeitsblatt es sich handelt. Diese sind der Reihe nach sortiert. Das heißt, in der Menüführung ganz links, das ist die 1, die 2 und so weiter. Das nächste, was wir tun, ist wir holen uns die Datei des Arbeitsblattes raus. In meinem Fall ziehe ich das einfach hier rüber. Nutzt du 7ZIP, kopierst du dir die einfach in deinen Ordner. Nun sieht es so aus, dass die Datei folgendermaßen aufgebaut ist. Hier sehen wir die ganzen Inhalte mit den Spalten, Zeilen und so weiter. Und wenn wir mit S, der G und F auf Suchen klicken und wir Protect reinschreiben, so werden wir hier, ich kann das Ganze mal größer machen, unten dieses hier sehen. Und das ist der Blattschutz. Hier müssen wir nun diese Zeile entfernen. Um dies zu tun, schließen wir das Ganze wieder und machen auf die Datei einen Rechtsklick, gehen auf Öffnen mit und öffnen sie beispielsweise im Editor. Hier sieht das Ganze nun nicht so aufgeräumt aus, aber wir können auch hier mit S, D, G und F suchen und hier Protect beispielsweise eingeben. Nun sehen wir hier wieder das da. Jetzt gilt es vorsichtig und behutsam zu sein, denn wir müssen nun das hier, das größer, gleich bzw. kleiner Gleichzeichen markieren bis zur Stelle, wo das wieder geschlossen wird. Das heißt, wir gehen hier einmal durch, bis dass es geschlossen wird. In meinem Fall ist es bis hier. Achte dabei darauf, dass du kein Zeichen, welches so aussieht, also kein kleiner gleich oder größer gleich Zeichen, hier übersiehst. Hast du alles genau markiert, drückst du einmal die Entfernen-Taste auf der Tastatur und drückst SD, G und S für Speichern. Du kannst das Ganze auch unter Datei und Speichern speichern. Nun ist der Blattschutz in diesem Arbeitsblatt bereits entfernt. Das heißt, wir können das Ganze schließen. Was wir jetzt noch tun müssen, ist dieses Arbeitsblatt nun wieder in den Ordner zurückzugeben. Und dies machen wir wie folgt. Wir gehen wieder in diese Oberfläche und löschen einmal das alte Sheet, drücken einmal hier auf Bestätigen. Bei 7zip gehst du wieder in den Ordner rein und löscht es da. Und im nächsten Schritt schieben wir das Ganze einfach wieder hier rein und drücken bei WinRAR einmal auf OK. Bei 7zip musst du es einfach nur reinkopieren. Nun bist du schon fast fertig. Wir können nun das hier wieder schließen. Und um zurück zum Ursprung zu gelangen, müssen wir hier die Dateiänderung wieder auf XLSX ändern. Und dazu gehen wir wieder auf Umbenennen und schreiben XLSX rein, drücken Ja, dass wir die Änderung möchten und können nun das hier öffnen und wir sehen, wir können hier wieder Dateien und Daten einfügen. Zum Schluss dieses Videos noch eine kleine Empfehlung meinerseits. Und zwar möchtest du dein Microsoft Excel Wissen auffrischen oder weitern, so empfehle ich dir den Microsoft Excel Kurs von iLearn. Dort lernst du in aufbauenden Modulen das ganze Wissen rund um das Thema Microsoft Excel. In jedem der Module bekommst du zahlreiche Downloads in Form von Übungen und sonstigen Hilfsmitteln, welche dir zur freien Verfügung stehen. Am Ende des Kurses kannst du dein erlangtes Wissen auf die Probe stellen und dir bei Erfolg dein Microsoft Excel Zertifikat für deinen Lebenslauf abholen. Abonniere ruhig diesen Kanal für weitere Schritt-für-Schritt-Anleitungen, ich freue mich auf dich, dein Matthias.